Die beiden, es ist soweit, Jurassic World 2 hat den neuen Trailer und ich möchte, warum schaust du mich so skeptisch an, das Kamera? Genau, und deswegen gehen wir jetzt rein mit dem Betrug. Wer will mich holen? Wer? Wer? Wer, Muschies? Kommt ruhig ran, Muschies! Wer macht nichts, Junge? Kennst du den nicht von Dings, Trailerpack Boys? Kennst du den? So, ihr müsst, ihr haltet das jetzt wie immer so. So, und ihr guckt euch jetzt beide den neuen Jurassic World Trailer an. Und zwischendurch frage ich euch mal, wie ihr das findet und dann sagt ihr einfach was dazu. Blabbelt einfach drauf und los. Weil wir gezwungen werden. Genau, weil die beiden gezwungen werden hier bei mir auf dem Kanal. Los geht's. Guck mal, das ist ein Vogel. Doch, doch. Jetzt sagt nichts Falsches. Ist das dein richtiger Dinosaurier-Trailer von jetzt? Ja, das ist er, ne? Ja, das ist er, ne? Wir haben mit Genetik gespielt, wie, äh, wie es ein Spiel gewesen wäre. Gern. Verarscht ihr das gerade? Der ist der Mama. Kennt ihr Jurassic Park nicht von früher? Das wollte du doch sehen von uns. Ja, ja, gut, wir machen. Das ist absolut Wahnsinn. Ich hätte gesagt, Dino, oh mein Gott. Wir waren auf der gleichen Schule. Echt? Für die Blondinen, oder? Ne, eigentlich auf einer selben Schule. Kannst du mal da seinen Namen? Auch, ja, weiter früher. Das find ich ganz cool. Schau mal, wie süß dieser kleine Dinosaurier hier. Der kommt wieder. Jetzt kommt der T-Rex. Der Tyrannosaurus Rex. Das ist absolut ein Hammer. Das ist ein Mosasaurus. Boah. Ich fühl mich leicht verarscht, Freunde. Das war auch daneben hier. Ja, das war gut. Freunde. Ich hab alles gegeben, aber das war hart. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und das nächste Mal mach ich diesen Film gucken. Wow. Jurassic Park 2. Kaufe ich sofort. Ich bin dabei. Abonniert den Kanal. ат! Suf.